Boah, das leckt. Finde ich nicht so schön. So, dann warten wir mal bis es grün wird. Ich hoffe schnellstmöglichst, damit wir nämlich mal weiterfahren können. So, wir können weiterfahren. Ja, wir haben einen Haltewunsch. So. Und sie sind ausgestiegen. Na, so. Jetzt ist richtig. Oh, rote Ampel, rote Ampel, rote Ampel. Habe ich nicht gesehen. Ja, tut mir leid. Oh, wir sind schon wieder gut in der Zeit. Ich hoffe, es geht weiterhin so. Ich hoffe, es sehr. Wir haben wieder einen Haltewunsch. Na, so. Hä? Achso. So. Und da hinten ist direkt schon die nächste Haltestelle. Okay. Und da wartet auch schon wieder jemand. Guten Tag. Mensch, warum geht das denn, Juni? So. Da hinten ist schon wieder die nächste. Das ist ja sehr schön. Rote Ampel. Und grün. Weiter ganz gehen. Und wir haben wieder einen Haltewunsch. Oh, das laggt aber hier. Wieder. Hallo. Hallo. Die möchte nicht mitfahren. Na, gut. Kann ich mitleben? Oh. Frag mich, wie lange die Map hier noch geht. Müsste noch 20 Minuten oder so sein. Und wir haben einen Haltewunsch. Na, das war aber noch mal knapp. Fährt ihr hier auch irgendwann? Ja, gut. Denn irgendwann muss er ja mal fahren. Wenn eine grüne Ampel ist. So. Ähm. Das laggt wieder. Gut. Und da wollen die nächsten schon wieder einsteigen. Na, 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 na. So. Und es ist wieder ein Haltewunsch. Ganz hinten. So. Verspätung. 0,5 Minuten sind echt gut. Und wieder ein Haltewunsch. Das geht da jetzt hier wie am Schnürchen. Aber ich hätte echt niemals gedacht, dass ich das so gut schaffe hier. Immer mit geringer Verspätung. Oder so gut wie gar keine Verspätung. Oh, das laggt. Mann, was ist denn hier los? Das war ja auf dem Grunddorf gar nicht so. Bestimmt, weil die Map größer ist. Hallo. 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 Und weiter wollen wir. So. Verspätung fast eine Minute. Oh, ein Bahnübergang. Zack. Jetzt schauen wir mal drüber. So. Wir haben wieder einen Haltewunsch. Und wir haben eine grüne Ampel. Äh, rote. So. Rote Ampel. Ich frage mich, ob diese Kennzeichen hier existieren. Wer weiß, wer weiß. Aber HVL gibt es doch, glaube ich, gar nicht, oder? Täusche ich mich da. Haltewunsch haben wir. Aber da steht, glaube ich, keiner, oder? Nein, da steht keiner. Äh. So. So. Weiter kann es gehen. Okay. Oh, die warten ja mal. Wie sozial. Das freut mich, dass sie warten. Äh, ja. Wir haben einen Halterwunsch. Wie viele aussteigen wollen. Hm. So, wir können weiter. Und da hinten ist auch schon direkt die nächste Haltestelle. Bärwinkel. Am Bogen. Nee, das ist das nicht für uns. Warte. Haltewunsch. Wie kann es denn, dass sich das da auf einmal ändert? Nein. Tschüss. So. Weiter kann es gehen. Da will der eben nicht reinfahren. Gibt es doch gar nicht. Ich habe hier Vorfahrt. Nee, nee, nee. Haltewunsch. Boah, das leckt. So. Wollen aber schon wieder viele aussteigen. Und sie spawnen einfach weg. Wo gibt es denn sowas? So, schaffen wir die grüne Ampel noch? Natürlich schaffen wir das. Da will der in meinen Bus reingehen. Ich glaube es nicht. So, jetzt müssen wir rechts abbiegen. Uiuiui. Das wird aber eng. Wir haben schon wieder einen Halterwunsch. Voll die Straße. Fuck. Da wollen aber auch schon wieder viele aussteigen. So, ich gucke mal eben. Freude Straße Falk. Freude Straße Falk. Oh, wir haben es gleich geschafft. Tatsächlich. Wir haben es gleich geschafft. Ja, dann geht es weiter. Ja, wir haben jetzt in dem Spiel 12 Uhr. Um 12 Uhr 1 ist es Ende. 30 dürfen wir hier nur fahren. Da muss ich mal so ein bisschen weniger. Und wieder ein Halterwunsch. Uiuiui. Die Straße hört sich aber nicht gut an. So, wir sind jetzt hier an der Freude Straße. Die Endhaltestelle. So, ja. Wir haben es geschafft. Bei mir steht alles okay. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Let's Play. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Linie auf Spandau. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020